UNTERTITELUNG Hey! Morgen kann auch etwas gehen, glaube ich. Du und die Musta? Ja, ja. Dann komme ich so hoch. So runter. Bin ich auch. Jetzt denke ich mir nicht ab, es ist wie weit ich stehe vorbei. Der Motor ist so, wie wenn ich brauche. Das ist nur noch. Ich glaube, das war eine Grösse. Ich bin einfach. Ja, das ist gut. Ich denke es auch immer. Ich bin steif. Ich bin normal live, wenn wir einen Halschwein hatten, den letzten Räumen zu bewegen. Als Auto kommt Motorhaube. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Tschüss. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Dann kannst du nur noch abgehen, für dich. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich muss sagen, oder? Ja. Das Vier kommt von da. Da hinten kommt der Läufer und der Velo. Super. Das ist gut. Also komm! Jetzt kommt ein Velo. Hinter dir ist noch gesetzt. Das ist gut. Du musst noch eine Runde machen. Lämpchen. Nein, ist schon gut. Jetzt ist es gut. Wir können jetzt ein Gratis-Krupp-Simulator runter. Das Computer wird so hoch und online oder nicht oder nicht. Ah, mit Gas, oder? Ja, ja. Mehr auf Naps, ja. Ja, das ist eine Gruppe, ja.